Ja Freunde, vielen Dank fürs Einschalten zu diesem Part hier heute, der mir irgendwie nicht ganz so leicht fällt, so ehrlich muss ich auch sein. Ja, ich habe mich etwas, sagen wir mal so, ich habe ziemlich gerungen mit mir und überlegt, ob ich einen der beiden Spielstände vorzeitig beenden soll, also entweder Bordeaux oder diesen Save hier, weil ja der neue FM schon wieder vor der Tür steht. Und zwar wird der Release am 6. November sein und man kann davon ausgehen, dass wieder zwei Wochen davor eine Beta erscheinen wird, ob es dann wirklich genauso ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber ich möchte dann mit dem Release der Beta eigentlich schon beginnen mit dem neuen FM, das heißt natürlich können wir Spielstände mitnehmen, das ist jetzt eines der neuen Features, Aber ich möchte dann sowieso wieder neu anfangen, weil ich glaube, es immer wieder auch Leute gibt, die dann gerne neu einsteigen würden und wenn die dann sehen, dass da schon 200 Parts zu irgendeinem Projekt draußen sind, dann werden die wahrscheinlich auch eher keine Lust mehr haben. Und deswegen im Endeffekt, ja, auch für mich selbst, muss ich sagen, mache ich diese neuen Projekte ganz gerne, weil es einfach einen frischen Wind bringt und weil es dann auch einfach schön ist, wieder mal neu zu beginnen mit den aktuellen Transfers und den aktuellen Kadern und, und, und. Ja, und, ähm, nachdem es eben nur noch einen Monat ist, circa bis zum Beta Release, also genaues Release Start wissen wir, wie gesagt, noch nicht und pro Projekt momentan drei Parts pro Woche rauskommen, habe ich gerade nachgerechnet und, äh, Fakt ist, das hier ist die klassische Saison, die normale Saison ohne die Playoffs, danach kommen Playoffs noch, entweder die oberen oder die unteren, das heißt, realistisch geht sich das auf jeden Fall nicht aus, um, ähm, also diesen Spielstand mit einer schönen, mit einem schönen Saisonschluss abzuschließen. Das ist bei Bordeaux auch so, was ja grundsätzlich nicht tragisch ist, weil man kann den Safe ja mitnehmen, dann könnte man in dem neuen FM fertig spielen, aber das Ganze geht sich dann zeitlich bei mir halt auch nicht aus, weil ich natürlich auch die neuen Projekte dann, äh, starten möchte. Und, ja, dann habe ich eben schon in den Kommentaren geschrieben, ähm, gestern ist der Part von Bordeaux online gegangen, wo es um die Meisterschaft ging, also letzter Part der Saison, wenn wir Meister werden quasi, dann überlasse ich die Entscheidung, ähm, euch, ob wir dann auch eine Saison dranhängen oder nicht. Der Spielstand macht mir wahnsinnig Spaß und kommt auch, glaube ich, bei euch ganz gut an. Und, ja, wir haben es eben, für diejenigen, die es gestern noch nicht gesehen haben, wir haben es dann tatsächlich geschafft, französischer Meister zu werden. Also, ich hoffe, ich spoiler da jetzt niemanden, aber, ähm, ich glaube, diejenigen, die es wirklich interessiert, die haben da, ähm, wahrscheinlich eh schon reingeschaut. Sorry, falls ich da jetzt eben jemanden spoiler. Ähm, ja, und da habt ihr in den Kommentaren relativ deutlich gesagt, dass ihr eben gerne eine zweite Saison hättet, egal ob wir da jetzt Meister werden oder nicht. Und, ähm, mir macht der Safe halt auch einfach mehr Spaß als dieser hier, die in diesem Jahr. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir ja mit diesem Journeyman vorgenommen, nicht länger als zwei Jahre bei einem Club zu bleiben und immer wieder Verein zu wechseln und, äh, viele, möglichst viele Länder zu sehen und so weiter. Ähm, ich bin mit dem Safe oder mit den Vereinen im Safe irgendwie nicht so hundertprozentig warm geworden. Also, in der Vergangenheit ist mir das besser gelungen, bei diesen Journeymans, die wir in Skandinavien hatten oder auch in Irland und Nordirland. Ähm, aber da habe ich mir auch weniger Druck gemacht. Hier habe ich mir schon den Druck gemacht, irgendwie liefern zu müssen. Ja, und, ähm, unbedingt dann zu einem coolen Verein zu wechseln. Das war in den vorigen Saves nicht so, da wollte ich mich einfach nach oben arbeiten und da hat es sich dann halt einfach auch ergeben mit besseren Clubs. Und vielleicht war das eben auch so ein Grund, warum ich mit diesen Clubs, die wir hier jetzt so gehabt haben, nicht so hundertprozentig warm geworden bin. Am meisten Spaß hat mir fast wirklich noch der Anfang mit Sigmar Olmütz gemacht oder der Lask. Ähm, der Ausflug zu Cluj war natürlich etwas, ja, missraten, misslungen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht Servet Genf momentan einfach nicht wirklich viel Spaß. Und jetzt habe ich schon länger überlegt, diesen Safe zu beenden und, ähm, ja, ich denke, dass jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen ist. Und ich sage das jetzt euch eben auch so ausführlich und ehrlich, weil ich will, dass ihr da meine Beweggründe auch so gut es geht verstehen könnt, damit die Enttäuschung dann hoffentlich auch nicht zu groß ist, dass dieses Projekt nicht weitergeht. Weil, ja, ähm, ich glaube, dass es doch einige auch gibt, die das gern gesehen haben. Aber, ja, ich muss eben ganz ehrlich sagen, mir fehlt da ein bisschen die Motivation weiterzumachen. Und, ähm, ich denke mir, wenn ich da den Bordeaux Safe weitermache, weil mir der gerade so viel Spaß macht, und dann bringen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen EAFC, weil das eben gerade neu am Erscheinen ist, ähm, dann ist das eine nette Abwechslung und eine kleine Pause oder zumindest ein bisschen reduziertes FM-Angebot, bis dann der neue FM rauskommt. Und das ist ja jetzt eben auch schon relativ bald. Ja, ähm, was gibt es sonst noch? Ich habe überlegt, ob ich noch einen Nationalmannschaft-Safe mache. Da könnt ihr mal eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Weil so einen Nationalmannschaft-Safe, den kann man in einigen Parts dann abschließen. Das ist jetzt nicht super langes. Ähm, das wäre sonst auch noch etwas, um diese Wartezeit auf den neuen FM zu verkürzen. Und, ja, was ich eben auch noch möchte, weil es mir ganz wichtig ist, ich werde euch diesen Safe zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt dann selber weiterspielen, ähm, wenn ihr Lust dazu habt mit Servet Genf. Ähm, ja, und, ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr da jetzt nicht zu enttäuscht seid, aber mich dann auch so ein bisschen versteht, wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwas reinschreiben wollt, dann bitte schreibt in die Kommentare. Und, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall bis dahin viel Spaß beim Bordeaux-Safe, viel Spaß bei den Safe-Games, die es natürlich auch weiterhin geben wird. Und, ähm, ja, viel Spaß auch mit den paar Videos zu EAFC, die wir bringen werden, und dem F1-Manager. Also in den nächsten paar Wochen werden auf jeden Fall ein bisschen abwechslungsreicher hier am Kanal, bevor wir dann wieder mit dem neuen FM so richtig durchstarten. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke an euren Support hier in diesem, äh, in diesem Spielstand. Viele, viele Tipps gekriegt, die mir, ähm, sehr geholfen haben zum Teil. Und, ja, danke auch an alle Supporter mit Kanalmitgliedschaft und auf Patreon. Gut, dann sage ich vielen Dank. War mir eine Freude. Ich hoffe, wir sehen uns bei den anderen Videos wieder. Ja, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.